Der MSR Windburner Personal Stove System Ein Kocher von der Firma MSR, der als Systemkocher, als einer der effizientesten Kocher am ganzen Markt gelten soll. Wir schauen uns heute in diesem Video an, wie der Kocher aufgebaut ist, wie er funktioniert und schauen uns in einem Live-Härtetest an, was er kann und wie lange er für seine Hauptaufgabe braucht. Kurz zu den technischen Daten. Der MSR Windburner Personal ist ein Systemkocher, der in einem Aufbau funktioniert und ein 1 Liter Gefäß mitbringt. Das Schöne an einem Systemkocher wie diesem ist, dass er unfassbar kompakt und leicht ist. Denn er hat nur 430 Gramm und einen Durchmesser von ungefähr 11 Zentimeter. Außerdem ist er nur 18 Zentimeter hoch. Und das alles inklusive dem Topf. Wenn man sich Online-Rezensionen und Testberichte zum MSR Windburner durchliest, dann kommt man drauf, dass er gar nicht so toll bewertet ist. Dabei ist die Idee hinter dem Windburner genial. Leicht, kompakt und trotzdem super effizient. Es wird angegeben, dass er zu lange braucht, dass er träge ist, dass er nicht vernünftig kocht und dass er bei kalten Temperaturen nicht mehr richtig arbeitet. Dem Ganzen wollen wir jetzt mal nachgehen. Schauen wir uns zuerst vorher noch den Aufbau des Kochers an, um ein bisschen zu verstehen, wie er überhaupt funktioniert im Vergleich zu gewöhnlichen Gaskochern. Am besten erkennt man die Funktionsweise des MSR Windburner, indem man ihn mit einem ganz gewöhnlichen Gaskocher vergleicht. Mit Zuleitsystem in dem Fall. Beim Windburner funktioniert das System so. Wir haben hier eine radiale Fläche, die gleichmäßig die Hitze auf den Topf verteilt. Das Schöne ist, dass der Topf exakt auf der Brennfläche aufliegt und dadurch gleichmäßig mit der Hitze bestrahlt wird. Außerdem kann man gut erkennen, dass der ganze Bereich hier eine Art Mantel bekommen hat, der dafür sorgt, dass so wenig Wind wie möglich das Feuer schwächt und dadurch die Hitze bzw. die Kochzeit verlängert. Wenn wir uns jetzt einen gewöhnlichen Gaskocher, einen No-Name-Gaskocher mit Zuleitung anschauen, dann sehen wir, dass hier ein Topf aufsitzen kann und die Brennfläche relativ klein ist und dadurch quasi hier außen herum eine sehr punktuelle Erhitzung stattfindet, somit haben wir keine gleichmäßige Hitzeverteilung. Außerdem haben wir hier von allen Seiten Wind bzw. Luftzufuhr. Das Ganze kann dazu führen, dass die Kochzeit dramatisch verlängert wird. Das bedeutet, beim Kocher geht es vor allen Dingen darum, die Energie, die man zur Verfügung hat, durch das Gas möglichst effizient und effektiv zu nutzen. Der MSR Windburner kommt dieser Idee schon sehr, sehr nah. Denn wir haben eine relativ effiziente, als Systemkocher eben eine relativ effiziente Wärmeverarbeitung. Es geht sehr wenig Wärme verloren, sehr wenig Energie, sehr wenig Gas verloren. Das heißt, er ist sehr, sehr effizient. Der einzige Kocher, der das noch etwas besser umgesetzt hat, ist der MSR Reactor. Der ist aber deutlich teurer, schwerer und klobiger als der kleine Windburner. Anders als bei Kochern mit Zuleitsystem, wird bei einem Systemkocher wie dem Windburner der ganze Kocher auf die Kartusche aufgesetzt. Das hat Vor- und Nachteile. Der größte Vorteil ist, dass es ein sehr kompaktes System ist und nicht viel Platz braucht. Außerdem kann ich den ganzen Apparat inklusive Kartusche sehr leicht aufhängen. Beim Windburner Duo zum Beispiel mit dem 1,8 Liter Pot funktioniert das schon nicht mehr. Der hat eine Zuleitung und dadurch ist die Kartusche separat und die liegt dann separat herum. Wenn ich zum Beispiel beim Klettern in einem Portalet schlafe und kochen möchte, dann muss ich das aber irgendwie aufhängen können. Denn der Untergrund ist etwas zu instabil, um darauf vernünftig kochen zu können. Mit dem zusätzlichen Hanging Kit von MSR kann man dann eben den gesamten Kocher, die gesamte Konstruktion entsprechend befestigen. Es hat natürlich auch einen entscheidenden Nachteil, wenn ein System wie ein Turm aufgebaut ist. Ist der Untergrund nicht total eben oder rutschig oder in irgendeiner anderen Weise nicht perfekt für einen Kocher, für einen schmalen Stand ausgerichtet, dann kann es dazu führen, dass der Kocher leichter umkippt. Und genau das muss man unbedingt verhindern. Deswegen ist bei MSR dann auch ein entsprechender Standfuß für die Kartuschen mitgeliefert, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass der nicht so groß ausfällt, dass er tatsächlich einen Unterschied in der Praxis macht. Ein super Feature, finde ich, ist die feine Regulierung von der Gasmenge, die ausgeströmt wird und die dann entsprechend verkocht wird. Das finde ich deswegen so genial, denn wenn ich sehr viel Zeit habe oder etwas nicht ganz so heiß brauche, dann kann ich viel Gas sparen, indem ich einfach nur auf ganz kleine Flamme schalte und das geht stufenlos zu regulieren. Das finde ich super und das Schöne ist, dass es auch nicht viel Platz braucht. Das ist ein kleiner Aluminiumbügel, der einfach weggeklappt wird, wenn der Kocher verpackt ist und damit stört er nicht und braucht überhaupt keinen Platz. Und wenn wir uns jetzt den Topf anschauen, dann ist hier unten dran noch ein kleines Gefäß, in das ungefähr 400ml reinpassen, vielleicht auch 500ml knapp, dann ist es aber wirklich randvoll und das ist super zum Abfüllen von Mengen aus dem 1-Liter-Pot, wenn der mal kocht. Keine Sorge, das hier ist eine wahnsinnig tolle Isolierung, die hier dran ist, inklusive Griff. Die funktioniert wirklich gut, also selbst wenn der gesamte Kocher glühend heiß ist, davon merkt man nichts, wenn man ihn so in der Hand hält. Praktisch finde ich es, dass man den so angepasst hat, dass er, wenn der Kocher möglichst klein zusammengepackt ist, der Becher da trotzdem perfekt drauf passt und somit auch keinen Platz braucht. Warum der MSR Windburner Personal so ein toller Kocher ist, vor allen Dingen für das Tracken oder für Weitwanderungen, auf denen ich wirklich leicht unterwegs sein möchte. Das ist das Packmaß, wie vorher schon angesprochen. Konkret schaut das so aus, dass ich einen Becher direkt in den Topf integriert habe, mehr oder weniger. Wenn ich ihn dann fertig verpacken möchte, dann passt der Kocher in den Topf hinein. Auch der Standfuß passt noch hinein. Und das allerbeste ist, die 110 Gramm Kartuschen, also die kleinste Größe von MSR, passt ebenfalls noch in den Topf hinein, wodurch ich nicht die Kartusche extra mit mir mitführen muss. Das ist der MSR Windburner Personal in der Theorie. Doch Theorie ist geduldig. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir schauen uns das Ding in der Praxis an und vor allen Dingen wollen wir es an den absoluten Grenzwerten testen. Deswegen sind wir so hoch gegangen, wie man gehen muss, damit man bei minus 1, minus 2 Grad landet. Wir wollten wissen, wie er sich bei zwar schönen Bedingungen, aber doch sehr kalten Bedingungen schlägt. Wir haben nicht das Primus Wintergas verwendet, sondern das ganz normale ISO Pro von MSR. Das bedeutet normale Standardvoraussetzungen für einen Campingausflug, für eine durchschnittliche Situation, wo man den Kocher braucht. Nur bei sehr, sehr kalten Temperaturen. Wir wollten wissen, ob die 4 Minuten 30, die MSR für den Kocher als Kochzeit angibt, tatsächlich stimmen oder ob er wirklich so viel länger braucht, wie viele Rezensionen sagen. Denn davon war ich noch nicht so ganz überzeugt, denn vom Aufbau her ist dieses System wahnsinnig effektiv und effizient. Deshalb verlieren wir jetzt keine Zeit und gehen in den Praxistest hinein und schauen uns an, wie lange der Kocher wirklich gebraucht hat. Los geht's! Ihr seht, der MSR Windburner Personal funktioniert. Er funktioniert richtig, richtig gut. Und er hat sogar überrascht, denn er hat die Zeiten, die MSR angibt, sogar geschlagen. Wahrscheinlich wird das im 0,5 Liter Bereich ebenfalls der Fall sein. Oftmals wird statt dem Windburner Personal der Reactor empfohlen, vor allen Dingen als Winterkocher. Aber bis jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich mit dem Windburner Personal noch zurechtkomme und noch keinen wirklichen Bedarf für einen Reactor sehe. Natürlich bei minus 20 Grad brauche ich dann vielleicht einen Reactor mit Primus Wintergas, damit das Ganze dann auch noch gut funktioniert. Aber in der Regel für Schönwetter-Touren, gerade in unseren Regionen, ist dieser Kocher ausreichend. Und vor allen Dingen, wenn man dann im Sommer nur beim Tracken ist, dann ist er sowieso die beste Wahl, denn er ist deutlich leichter als der Reactor. Wir können also definitiv eine Empfehlung für den Windburner Personal aussprechen. Der einzige Nachteil, den er wirklich hat, ist, dass er sehr instabil ist und dementsprechend muss man sich viel damit beschäftigen, wo kann ich ihn jetzt hinstellen, wie muss ich vielleicht auch das Terrain ebnen, im Schnee zum Beispiel, um eine passende Standfläche für den MSR Windburner zu bekommen. Das muss man ehrlicherweise sagen, hat der MSR Windburner Duo nicht dieses Problem, der hat einen deutlich solideren Standfuß und eben das System mit der Zuleitung. Ja, man kann eben nicht alles haben. Zur allgemeinen Funktionsweise von Kochern. Dazu wird es ein Video im Bergsteigen-Grundlagenkurs geben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo auf dem Kanal der Alpenbeacademy. Schaut auch auf www.alpenbeacademy.at vorbei. Da findet ihr viele Tourguides, aber auch interessante Sachen wie den Grundlagenkurs oder Tests. Ansonsten wünschen wir euch wie immer bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit und Bergheil. Boah, hasse.